Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Äh, ne, so E, genau. Wir gehen jetzt hier mal runter. Und lösen mal jetzt diese Codes. Das da war 3-7. Und andere müsste hier auch immer wahrscheinlich irgendwo stehen. RB war 3-7. Und dann hier hoffe ich... Oh, CI auch noch. CI. Boah, warte, ich muss mir das mal aufschreiben. Einen Moment, ich schreibe mir jetzt gerade alles auf. CE ist 5-8. Dann HG ist 80. So. Dann RB. Ah, ne, hier CA. CA ist 20. Ich glaube, ich brauche die gleich noch alle. PM 61. PM ist 61. Und jetzt geht auch noch meine... Irgendwie flöten. Mein Schutzanzug. Äh, schnell, 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 schnell. So, neuen Schutzanzug. Nein, komm. So. So. CL-17. CL-17. Habe ich hier auch noch jetzt. Und hier SN 50. SN 50. Alter, wie viele Dinger sind die hier? Und ja, das haben wir. RB war ja 3-7. 3-7. Jetzt läuft ein Timer. P-N. Nein, P-N. War 6-1. 6-1. Ist hier noch einer? Irgendwo? Der ist aus. Ist hier nicht noch einer? Da und C-I ist, äh... Toll, die Zeit ist um. Okay, 3 Computer. In jedem Raum einer. Und wir brauchen wieder neuen Schutzausrüstung. Weil das jetzt langsam doch knapp wird. So, schnell. Und nochmal. So, hier war 3-7. 3-7. Da hinten war 6-1. 6-1. Und... C-I war jetzt... C-I, C-I, C-I. Oder CL. 1-7, glaube ich. Waren das jetzt alle? Hier ist offen. Nice. Ah, okay. Hier können wir jetzt ganz normal durchlaufen. So, was gibt's denn? Okay. Hier können wir nicht durch. Boah, ich hoffe, wir können hier... Alter, was... Äh... Was sind das denn für Viecher? Sind das diese Red-Kackerlaken aus Fallout? Sieht ein bisschen für mich danach aus. Das nehmen wir alles mal mit. Pilz-Omelette. Dat-Rezept haben wir noch nicht. Hier können wir uns nochmal ausrüsten. Wir gehen da aber mal hoch. Okay, hier gibt's nichts. Dann heißt es, wir können nur hier lang. Und nur nach unten. Ich höre hier schon was. Achso. Ähm... Was? Alter, echt jetzt? So lange? Alter, was? Wir müssen jetzt erstmal Schaden erleiden. Alter, was? Nein, 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 komm! Nee, 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 nee. Alter, zwei Stück? Gegen zwei? Ernsthaft? Alter, nee. Aber die halten schon auch nicht viel aus. So. Großes Fleisch, okay. Eins, zwei und drei. Okay, nach drei Schlägen gehen die schon kaputt. Autsch. Alter. Alter, ich... So, wir müssen aber jetzt auch schnell irgendwas zu uns nehmen. Ah, hier geht's auch wieder hoch. Sind wir hier jetzt in Sicherheit? Erstmal? Boah, ich hoffe... Ich hoffe, wir sind hier jetzt erstmal sicher. Alter. Da sind auch schon wieder solche Rohre... Äh... Ventile. zum Drehen. Boah, ich hoffe, das dauert jetzt auch nicht so lange. Sonst haben wir gleich ein Problem. Was muss ich denn treffen? Nee. Noch ein bisschen. Noch ein kleines bisschen. Ich hab' keine Ahnung, was ich hier treffen muss. Warte, kann ich hier einfach so mal drauf gehen und dann... Ah! Ja, dann machen wir das jetzt mal aus. Also, können wir nicht mal ausmachen. Okay. Also, das Ding muss sich treffen. Und meine... Schutzausrüstung ist wieder weg. Das Piraten... Da brauchen wir wieder welche. Ui, äh... Okay. Und dann muss ich das da treffen, ne? Alles klar. Machen wir mal an. Und drehen das hier. Ich würde sagen mal in diese Richtung. Können wir auch drüber spielen? Ja. Das klappt auf. Dann wollen wir das mal... Hoppla. Nee. In... Die Richtung. Okay, das muss noch ein bisschen anders gedreht werden. Vielleicht muss ich das hier auch noch ein bisschen anders drehen. Ob das irgendwas ändert, wenn ich weiter... jetzt eben noch mal... einen neuen Anzug nehmen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht. So, vielleicht... Kann ich die Dinger auch drehen? Nee. Wir müssen das irgendwie... Autsch. Wir müssen das denn kriegen, dass das... ...da hin geht. Oder... steuern das mal so. Nee. Gegen den anderen. Noch ein bisschen. Nein. So. Nee. Dann muss das vielleicht... mehr... So. Jetzt brauchen wir wieder eine neue. Hm. Oder wir müssen das... hier gegen. Nein. Da bringt's auch nichts. Oder warte. Vielleicht doch... schon hier gegen. Ja, da kommen wir ran. So. Dann müssen wir das nur... richtig... Autsch. Nee, das wird nie... Das wird so nicht funktionieren. So. Jetzt noch mal hier. Okay. Oder muss ich damit... vielleicht... noch... hier gegen... irgendwie? So, da. Nee. Gegen den anderen vielleicht. Hoppala. Äh, so. So, Millimeter. Komm. Geht jetzt in die Richtung. Ja, das trifft das. Nicht. Wir müssen da hinkommen. Irgendwie. Wenn wir das mal so machen... Kommt er da vorbei? Nee, der knallt sofort... automatisch hier gegen. Okay. 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 Das heißt, es muss irgendwie... hier rüber benutzt werden. Autsch. Nee, so bringt's mir auch nichts. So, auch nicht. Ähm. Jo, ganz schnell. Hab jetzt total vergessen, dass ich... Dinge zieh nicht mal... habe. Was hier auch... eine Idee hätte, wäre... wenn ich... das irgendwie... knapp dran vorbei... so lenke... oder... Nee, da kommen wir nicht ran. Aber so noch... Nee, funktioniert auch nicht. Kommen wir an dem da hinten ran? Nee. Ich rambe es gerade gar nicht. Wie kommen wir da hin? Können wir das irgendwie... hier so umlenken? Nee. Das war's dann hier. Oh, meine... mein Schutzanzug. Okay. Denken müssen wir jetzt... mal ordentlich. Ah, noch ein Millimeter... Nee. Da. Aber das... bringt mir hier gar nichts. Wir müssen... hierhin kommen. Das muss von hier... irgendwie da... Das muss... nach da hin spiegeln. da war so ein kleiner Millimeter. Da. der nichts bringt. Das muss ausprobieren. Das muss ausprobieren. Der bringt auch nichts. Das bringt mir hier gar nichts. Das bringt mir hier gar nichts. Das bringt mir hier gar nichts, was ich hier vorhabe. so... noch ein bisschen. Versuch jetzt mal was. Ich glaube, so wird das auch nicht funktionieren. doch... ein bisschen, ja. Komm ganz knapp da dran vorbei. Ich weiß jetzt nicht einmal, ob das so gewollt ist. Wir knallen da auf jeden Fall mit dem Licht jetzt gegen die Kante. Und schnell noch mal... neuen Schutzanzug. Aber wir sind zumindest jetzt ein bisschen weiter. Wir kommen... Ich glaube, hier, das bringt mir gar nichts. Ich kann die Dinger ja nicht drehen, oder? Ne, die kann ich ja nicht drehen. Das heißt, ich muss mit... Ja... Ich muss mit den großen Dingern da... mit den großen Spiegeln... so arbeiten, wie ich das bekomme. Hoppala. Also muss... muss ich den hier schon irgendwie anders drehen. Vielleicht sogar so. Äh, nein. Und jetzt schnell wieder neue Anzug. So, okay. Noch mal weiter. Ich muss den vielleicht ein bisschen... noch mal anders drehen. Bisschen mehr so. Nee, das ist... Autsch. Oh, komm, ein bisschen, ja. Trink mir aber auch gar nichts. Vor allem das hier ist alles im Weg. Und ich kann die nicht wegschieben. Ich bin schön, dass ich hier trinken kann, ohne... dass mir irgendwas passiert. So. Autsch. Mit einem schönen Ruckler. So. So. Ein bisschen drehen. Toll. Ich hab wieder zu lange gebraucht. Autsch. Autsch. Okay, an dem kommen wir nicht dran. Ich muss den hier vielleicht noch ein kleines bisschen drehen. Nee, in die andere Richtung wahrscheinlich. So. Und dann müsste das... Nein. Den Spiegel treffe ich nicht. Vielleicht muss ich den hier auch noch mal ein kleines bisschen drehen. In... ...die Richtung. Das ist wirklich, glaube ich, Millimeterarbeit. Das würde dann da anführen, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht da hin. Oder ich muss damit... ...irgendwie da dann kommen. Oh, toll. Ich hab keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Oder ich versuche es über die hier noch mal. Das geht jetzt da hin. Warte mal. Ne, das knallt hier gegen. So, wie... Ne, da kommen wir nicht dran. Auch nicht. Ach, ne. Ich raffe es einfach nicht. Den hier kann ich auch nicht bewegen, oder? Ne. Fühlt ja nur in eine Richtung. Hm. Oder warte. Autsch. Können ja die Ecken hier irgendwie... ...missbrauchen. Autsch. Glaube ich noch mal dagegen. Schön. Äh, so. Na, vielleicht noch mal ein bisschen. Ey, ich versuche irgendwie die ganze Zeit dasselbe immer. Da kommen wir eigentlich gar nicht dran, ne? Außer wenn wir hier so rüber gehen. So ein paar Millimeter. Also, erst mal einen neuen Schutzanzug. So. Neuen Schutzanzug haben wir jetzt an. So. 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 Ah, der knallt genau hier gegen noch. Wo ich es nicht haben will. Also, wieder einen neuen Anzug. So, wir machen jetzt so. Ich werde diese Folge erst beenden, wenn wir das hier gelöst haben. Hat er was? Aha. Da hat sich ein bisschen was getan. Aber mehr wird da auch nicht passieren, oder? Dann würde ich sagen, weil ich wirklich nicht auf die Lösung komme, gebe ich uns da noch fünf Minuten vielleicht. Und dann würde ich wirklich anfangen zu googeln. So. Weil auf die Lösung komme ich gerade echt nicht. Ui, dat war knapp. Das ist keine gute Idee, da so zu stehen, aber... Nee, wie? Wie machen wir das denn jetzt mit dem? Ich raffe es einfach nicht. Super Idee. Echt Knorkel. Hallo. So. Ja, vielleicht so nochmal. Ja. Ah, hier fehlt auch noch ein Spiegel. Oder wisst ihr was? Wir... Wir beenden die Folge jetzt vielleicht einmal kurz. Ich schaue mal nach, wie ich das hier löse. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Tut mir leid für diese freckliche Folge. Ähm... Und... Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020